Roboter auf Rädern gehören schon lange zum Geschäftsalltag. In Industrie und Handel übernehmen sie bestimmte Aufgaben und führen komplexe Tätigkeiten aus. Neuartige Roboter bewegen sich nach Vorbild aus der Natur, dagegen auf vier Beinen, wie am 11. Swiss Innovation Forum in Basel zu bestaunen ist. Diese Laufroboter wurden innerhalb der letzten zwei Jahre an der ETH Zürich entwickelt und stellen eine ganz neue Generation von Robotern dar. Der Grund, warum man Laufroboter macht, ist, dass man Maschinen bauen möchte, wo man in beliebiges Gelände gehen kann, also überall navigieren kann. Mit vier Beinen hat man die Möglichkeit, beispielsweise eine Treppe draufzulaufen, man kann über ein Hindernis hinweggehen, man kann sich aber auch seitlich bewegen oder dort und stellte Rülle, alles Sachen, die man mit einem Radfahrzeug schlicht und einfach nichts machen kann. Um neuartige Bewegungen ausführen zu können, braucht es eine komplizierte Technologie und eine anspruchsvolle Software. Die Schwierigkeit beim Laufroboter ist primär, dass er sich selbstständig balancieren muss. Das heisst, das ist genau der Gegensatz zum Radfahrzeug oder zum Raupenfahrzeug. Und entsprechend muss er abschätzen, wie bewege ich mich, wie will ich mich bewegen und dann aufgrund von all diesen Schätzungen ausrechnen, wo muss ich anstehen, um mich zu balancieren. Wenn jetzt noch ein Flugroboter, eine sogenannte Drohne, dazukommt, lassen sich vielfältige Anwendungen realisieren, nicht nur für industrielle Zwecke. Also ein Beispiel, wenn irgendwo ein Erdbeben war oder so, man sollte möglichst schnell die Situation sehen, was dort passiert. Dann kann man einen Flugroboter reinschicken, um eine erste Karte aufzuzeichnen. Gleichzeitig können wir das verwenden, um nachreichend einen Laufroboter nachzuschicken, der entsprechend über die Hindernisse hinwegklettert und beispielsweise jemandem Hilfsmittel bringt. Noch befindet sich dieser Laufroboter im Wert von geschätzt 100'000 Franken im Forschungsstatus. Doch Pilotprojekte für die Öl- und Gasindustrie laufen bereits. Wir werden in Zukunft vermehrt in meinen Bereichen arbeiten. Also es geht darum, wie kann ich im Untergrund auf 1000 Meter Tiefen, wie kann ich dort einen Roboter reinsetzen, der die Umgebung kartografieren kann, der kann schauen, ob irgendwie alles noch in Ordnung ist, der wiederum eine Industrieinspektion machen kann. Also all diese Sachen an Orten, die man Menschen nicht einsetzen will. Bis zur vollständigen Marktreife braucht es jedoch noch gut fünf Jahre Zeit. Und bis dahin forscht man an der ETH Zürich an weiteren Anwendungsmöglichkeiten.